Musik Viele Menschen möchten sich nicht mit dem Thema Tod beschäftigen, weil er ihnen Angst macht. Andere, und dazu gehöre ich, sind für dieses Thema sehr offen. Und wenn man das ist, dann macht man sich auch schon mal Gedanken dazu, die manch einer vermutlich nicht nachvollziehen kann. Zum einen ist da der Gedanke an ein Leben nach dem Tod. Was passiert mit uns, wenn wir sterben? Ist dann wirklich alles unwiederbringlich vorbei? Oder kommen wir in eine andere und vielleicht bessere Welt? Oder reinkarnieren wir, so dass unsere Seele in einem anderen Körper weiterlebt? Das sind die Thesen, von denen man immer wieder hört und mit denen sich sehr viele Menschen auch ausgiebig beschäftigen. Aber was wäre, wenn wir physisch gar nicht sterben müssten? Beziehungsweise könnte unser gestorbener Körper sich wieder erholen und wir darin einfach weiterleben? Wenn man stirbt, fällt der Körper in die sogenannte Totenstarre. Aber handelt es sich wirklich um eine Totenstarre? Oder dient dieser Zustand vielleicht nur der Regeneration? Der Fachbegriff dafür lautet Anabiose. Und diese Anabiose soll, über Lieferungen zufolge, ähnlich funktionieren wie die Kryptobiose, wie man sie von Tieren kennt, die in den Winterschlaf fallen. Hier werden die Stoffwechselvorgänge drastisch reduziert, so dass das Tier in dieser Zeit keine Nahrung braucht. In früheren Zeiten ging man davon aus, dass sich der menschliche Körper während der Anabiose regeneriert und so heilen kann. Dieser Heilungsprozess kann Tage, aber auch Wochen oder sogar Monate dauern, je nachdem, wie schwer die Todesursache war. Das konnte eine Vergiftung sein, ein Herzinfarkt, ertrinken, erfrieren oder ein Unfall. Der physische Körper ging also in die Regenerationsstarre, um sich selbst zu heilen. Und während dieser Zeit wurde der Körper unentwegt von den Angehörigen gepflegt, gereinigt und warm gehalten. In Russland wurden dafür die sogenannten Banyas genutzt, also Saunen, um die Wärme stabil zu halten. Und wenn die Regeneration abgeschlossen war, erhob sich der Verstorbene, denn er war in seinen Körper zurückgekehrt. Es soll dafür sogar spezielle Hebammen gegeben haben, die den Wiederkehrenden auf seinem Weg begleitet haben. Und laut Überlieferungen sollen diejenigen, die es geschafft hatten, aus der Anabiose zu erwachen, einen bedeutend fähigeren Körper bekommen haben und mit bedeutend mehr Wissen zurückgekehrt sein. Ihr denkt nun vielleicht, was für ein Unsinn. Aber wenn man weiter darüber nachdenkt, dann kommt einem schon manches merkwürdig vor und vielleicht geht es euch dann ja wie mir und ihr haltet das Ganze gar nicht mehr für so abwegig. Aber lasst mich einfach einmal erzählen. Ihr wisst sicher, dass heutzutage die meisten Gräber auf den Friedhöfen nach 20 Jahren aufgelöst werden. Manchmal werden die Toten auch auf einen anderen Platz umgebettet. Und in diesem Fall werden die Särge auch hin und wieder geöffnet. Totengräber haben berichtet, dass sie viele Tote auf der Seite oder auf dem Bauch liegend vorgefunden haben. Es wird dann behauptet, das wäre beim Ablassen des Sarges passiert. Aber dann müsste es schon sehr holprig zugegangen sein. Und es würde auch nicht erklären, weshalb sich immer wieder Kratzspuren an Sargdeckeln und an Platten von Gruften finden lassen. Offenbar denken auch heute noch Menschen, dass sie vielleicht wieder erwachen könnten. Denn in den USA soll es einen Friedhof geben, auf dem jeder vergrabene Sarg per Telefon mit der Friedhofszentrale verbunden sein soll. Gefunden habe ich diesen leider nicht, aber vorstellbar ist es auf jeden Fall. Übrigens war es in früheren Kulturen üblich, Glocken in den Gräbern anzubringen oder auch die Möglichkeit, sich mittels einer Röhre aus dem Grab heraus bemerkbar zu machen. Das alles, weil man die Hoffnung hat, wieder in seinen Körper zurückzukehren? Das Vergraben, wie wir es heute kennen, ist erst ein paar hundert Jahre alt. Davor gab es oftmals Grabhäuser oder Kugelhäuser, in denen die vermeintlich Verstorbenen aufbewahrt wurden. Diese Art der Aufbewahrung wurde dann von der Kirche verboten, als diese immer mehr Macht bekam. Nun begann man, die Toten zu begraben. Und die Tiefe der Gräber nahm im Laufe der Jahrhunderte immer mehr zu. Hatte man Angst davor, dass die Toten wieder auferstehen und wollte sicher gehen, dass dies nicht passieren kann? Gerade im Hinblick darauf, dass die Wiedererwachten mit mehr Wissen zurückkommen würden? In der heutigen Zeit ist der Tod gesetzlich geregelt. Ein Mensch gilt als verstorben, wenn ein Arzt keinen Puls und keinen Herzschlag mehr feststellen kann. Nachdem der Totenschein ausgestellt wurde, wird der Verstorbene in der Regel noch für ein paar Tage in einem Kühlhaus aufbewahrt, um ihn dann in einen Sarg zu legen, den man gewissenhaft verschließt. Manchmal mit Nägeln, manchmal mit Schraubvorrichtungen. Warum dieses rigorose Verschließen des Sarges? Haben die Angehörigen Angst, der Tote könnte sich vielleicht auf und davon machen, wenn man dies nicht tut? Und um das ganz sicher auszuschließen, wird dieser zugenagelte oder zugeschraubte Sarg dann noch in zwei bis drei Metern vergraben, um am Ende noch eine schwere Steinplatte darauf zu legen. Nun ist man wirklich auf der sicheren Seite, dass der Verstorbene nicht mehr entkommen kann. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, wie heute bestattet wird und warum das so ist? Dieses Vernageln oder Zuschrauben des Sarges hat mir selbst schon immer eine leichte Übelkeit bereitet und verstanden habe ich es bis heute nicht. Oder inzwischen vielleicht doch? Eben im Hinblick auf die Anabiose? Wer einmal im Sarg liegt, soll bitte nicht mehr herauskommen. Er könnte ja vielleicht gesünder und klüger sein, als diejenigen, die ihn bestattet haben. Ein weiterer Punkt, über den man nachdenken sollte, sind die Zombie-Filme. Wusstet ihr, dass es davon inzwischen über 500 gibt und dass der erste Zombie-Film 1932 herauskam? Der Begriff Zombie wurde allerdings nicht von der Filmindustrie erschaffen. Er hat seinen Ursprung in den afrikanischen Bantu-Sprachen und heißt so viel wie Versklavter Geist. Jetzt wisst ihr auch, weshalb so viele YouTuber von Zombies sprechen, wenn sie die Menschen meinen, die nichts verstanden haben. Das aber nur am Rande. Und was macht der normale Mensch, wenn er einen Zombie-Film sieht? Er gruselt sich, fürchtet sich und findet den Gedanken an umherwandelnde Toten ganz schrecklich. Nur ein Filmgag oder pure Absicht, um die Angst vor den Toten zu schüren? Würden Menschen, die regelmäßig Zombie-Filme sehen, bereit sein, einen Toten zu reinigen und zu pflegen und warm zu halten, damit er die Chance hat, zurückzukehren? Eher nicht. Sie gruseln sich dann doch lieber vor der Leinwand und verdrängen den realen Tod, so gut es nur geht. Und noch ein Gedanke. Uns wird immer wieder erzählt, dass das menschliche Gehirn nur wenige Minuten ohne Sauerstoff auskommt. Danach sterben die Hirnzellen ab und das war's dann. Wie können dann aber klinisch Tote nach Tagen wieder aufwachen und ganz normal weiterleben? Und wie kommt es, dass Pathologen immer wieder feststellen, dass beim Öffnen des Brustkorbes der ganze Körper zuckt und das Herbst manchmal sogar wieder anfängt zu schlagen? War dieser Körper vielleicht einfach nur in die Regenerationsstarre gefallen, um wieder gesund zu werden? Jetzt muss an dieser Stelle jeder selbst entscheiden. Alles nur ein Märchen oder doch vorstellbar. Wenn man weiß, wie wir in allen Bereichen belogen und betrogen werden, dann sollte man auch bei diesem Thema einmal genauer nachdenken. Und vielleicht kommt dann doch manch einer zu dem Schluss, dass an einer Anabiose doch etwas dran sein könnte. In diesem Sinne, bleibt wachsam, eure Sandra. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.